Jau 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 Aha, aha Da steht dort einfach einer in unserem Garten Mann, der Piste Oh, ein Reh, ein Reh bei uns Ja, wir sind krank, du Ah, du Fick Ja, verschwindet jeder Ja Sind die da welche rum da Bist du eigentlich der Da oben, zeig mir Der Mission Fick Der Mission Fick Oh, oh Oh, oh Ich hab immer mit X-Gumpen Komm, der soll durch meine Fallen Äh, durch deine Fallen Ja Schon gar nicht meine Fall, oder? Das ist mega geil, ne? Oh, wenn sie Ich muss mal einer wieder reinlaufen Oh, oh Äh, one shot kill Du Fick, Mann Ah, brauchen wir wieder Knochen eigentlich Das ist immer gut Die Knochen ist immer gut Schwein, du Soll die reine Leere sein Weil ich da noch Wasser Irgendwo hat es irgendwo noch Wasser Ja Da eine Yeah Geiler Scheiß Das ist Noch covered in Blut, Mann Ah Aral, die kommen nach oben Ha, ha, ha Geist jetzt das fett dich nicht Ja, ich hab nur noch ein Seil Ich weiss nicht, ob ich für das soll ausgerühren Du siehst so schwul aus, dich Ja, guck Bleib jetzt mal genauso Schau noch ein bisschen nach oben Wach schon Wach schon Wach schon Schau noch ein bisschen nach oben So ganz ein bisschen Besser So siehst du aus So So, wie Ja Ah, das war geschick Du Schwein Es ist, als würdest du Lego sammeln In deiner Freizeit So geil Ich bin ja voll der Flyboy, Mann Dig Ich bin voll sympathisch Ich bin voll der Boss Mit den Brüllen und dem Schnauzen Du bist voll gefürchtig Aber da kannst du jetzt nicht von da Also das ist so ein bisschen schade, he Frau, wir haben noch kein Wort miteinander geredet, seit wir da sind Moll, du kannst es nachher so verbinden Und dann so Zip Lines irgendwie Ja, aber von dort oben es geht, also Moll, es gibt ja da so die Sitzle Ja, ja, ja Schau da Sanity 91% Gewicht Stärke They survived 5 Currently feeling hungry Foulness Hydration Es ist ja alles da, Mann Health, Energy, Summon Ja, ja Oh wow Das Stück geht wieder weg, irgendwann Ja, aber so geil Ich wollte ja irgendetwas Ich wollte ja Sticks sammeln Und dann habe ich Das Feuerchen Nebentrad geschlissen Aber das ist eh Geschisser Das geht in der U Äh, aus Jetzt bauen wir ja wieder So eine Skala Dort Gibt es wohl nicht Gibt es wohl einfach nicht so viel Licht Ist das Weapon Display Hier drauf stellen kannst du nicht Nein Hier schon Auf die Stege kann es stellen Aber hier oben nicht Schade Was? Ja, da der Leichter Ah Das Zeichen raus geht Sieht das schon wieder aus Gibt es schon wieder aus? Komm auf die Eier Weißt du? Und dann die Steine sind dann so weg Hehehe Was? Ja, von dem, was du kaputt machst Da haben beide Racks gekliessen Ah, das da einfach Das andere ist ja auch weg Weil das andere ist ja da hinten Ah, my bad Wecknen kannst du mal wieder, oder? Mhm Ah Haben wir da sonst noch etwas hingetun? Sealing Oh, wo ist jetzt da der Schwachse? Bränt der auch, oder nicht? Ob da Free Zip Line A Tree Zip Line Und Free Standing Zip Line Rain Warum brauchen wir einen Kran? Oh, der bränt nicht, he? Schade Puh Puh Ego Puh Aber da hat nicht Eine Krane Weiss es nicht Eine Kraneinsel bauen Wo? Du hast ja die Sip Ha? Ja, Feuer Wo solltest du jetzt eine Sip Line bauen? Du willst schon eine von hier oben nach unten bauen, oder? Ja Wir brauchen unbedingt Seile, wo kriegen wir Seile her? Ja, in diesen Lager halt Und sonst weiss ich auch nicht Hast du es gefunden? Haben wir das erste Mal Seile gefunden? Ja 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 Das eine war im Galgen Und das andere Habe ich glaube einfach am Boden gefunden Weiss ich Ich bin nicht mehr sicher Äh, wo habe ich jetzt nicht mal da noch ein Sieg gebrätelt eigentlich? Wo sind die Knechen hin? Hm Du kannst gar keinen Sip Line machen Hast du Knechen gebraucht eigentlich? Hm Oh Halt Komm schon runter Und hinten läuft Oh oh Es kommen ganze Gefühle Schau mal das an Digga Digga, was ist das, Mann? Wir haben nur eine Falle Oh oh Wir haben auch ein Problem, Harald Jetzt will ich nur eine Falle bauen Mit den Fett habe ich auch nichts mehr, Mann Oh, 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 lauf, oh, ahhhhhhhhh Jetzt schon mal fangen! Ja und der dort, Mann? Sollen wir die schiessen oder hoffen sie kommen nicht? Die schiessen jetzt denn, komm lass mich zuerst fallen wieder reset. Überdingt, Mann. Wenn ich auf diese Seite gehe. Ich habe kein Scheissding. Was brauchst du? Eins und eins und Ding. Boah. Komm ich schiessen jetzt mal so einen an von dort hinten, oder? Sind sie noch da? Töten. Na aber komm, wenn es geht, ist es doch gut. Die machen uns alles kaputt, Mann. Oh! Oh! Oh, da kommt er. Oh nein, kaputt! Oh, 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 oh! Er ist kaputt. Wer, Mann, was bist du? Oh, nein! Du bist sicher ein Weiche. Aber schau, er ist tot. Er ist tot. Ich bin tot. Was? Nein! Jetzt wollte er lauten. Achtung, dass er reinläuft. Komm her. Oh! Fäh! Schau so Muschi! Oh! 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 Ah! Geil! Warte aber noch mal aufstellen. Den kann man, den kann man so... Hmm! Den kann man häuten, Mann! Ja! Wow! Was ist das?! Aber weg du, komm mal nicht! Er liegt jetzt einfach da bei uns im Lager, oder? Ja, der geht dann schon irgendwann weg, oder? Ja! Warte! Ich konnte auch noch häuten, nochmal! Jetzt mach ich mal ein Schnee! Ja! Tu, anderem mal! Gott, nicht! Ah, doch! Wow, Mann, was ist das?! Ey, nein! Was habe ich da jetzt aufgenommen? Creepy Armor kannst du machen! Geh da rein in den Creepy Armor Scheisse! Ja, aber Armor bleibt ja irgendwie... Wow, schau! Oh, ich habe es auch! Wäh! 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 Ey, legst du mal an! Du bist ganz ein Grusige! Legst du mal an! Wäh! Es ist so... Nein, du bist einfach nur verabscheuenswürdig! Äh, jetzt so... Jetzt sehe ich es auch mit... Wäh! Du bist ein Schwein, oder? Lass uns mal noch fallen oder so bauen, nicht? Ja, unbedingt! Das ist super wichtig! Wir brauchen Seile! Lass uns gehen Seile holen, Manni! Wir wollen noch mal so eine Deadfall-Trap. Können wir ein paar machen, Mann, eigentlich? Scheissegal, oder? Oh, jetzt bin ich auch fast durchgelaufen! Ich glaube, wir müssen mal... ... 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 Und dann einfach die Mauren fertig bauen und so, dass es nicht so langweilig ist. Wow, was ist das gewesen, hey? Haben wir da nicht mehr... Nein, das geht nicht. Wo ist das andere da, habe ich jetzt die Knochen? Hey, die Knochen sind auch weg. Ich habe dich da vor einer drauf gerührt. Weih, Mann, das weiß ich auch im Arm haben. Auf einer Weile geht es, glaube ich. Ey, mega hässlich, gell? Waaah! Du bist ein Grisel, oder? Waaah! Hast du das nicht angelegt? Nein, Mann, noch nicht. Hey, es ist extrem, wie... Da hat es noch einen Lock. Schau, da kommt da schon ein Indianer. Kommt da einer? Also zwei normale. Mal schauen. Mal schauen. Kommt da gehen schauen, was man macht. Ja. Ja. Du wirst du nicht, was mir da alles auf die Beine stellen zu zweit. Und ja, so... ...grossige Sieche, ey. Dann kommt er so anzurennen und er haut er so ein und er geht... Er nimmt sie mit, hast du gesehen? Was? Er nimmt sie mitgelegen. Ich kann. Ah, wirklich? Mhm. Oh, ich brauche Hilfe. Unfall! Wo, wo, wo? 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 Wo ist denn die Scheiss-Falle nie gelaufen, Mann? Oh! 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 Oh, da ist noch mal einer! Rennen mal! Ich kann nicht mehr rennen! Oh, jetzt habe ich den Grundleichter fertiggestellt. Ich meine, jetzt sind gerade das Dach auf, sozusagen. Komm, ich gebe ihn mal mit meinem Vogel. Ja. Was hält der aus, Mann? Ich bin wieder geduckt unterwegs, darum konnte ich nicht springen, Mann. So futz! Nicht mal, wo man sich gepuckt, ehrlich gesagt. Im rechten. Das Dickdrücken. Ich war ja gepuckt. Darum, ich konnte nicht mehr sprinten und dachte, ja, was ist los? Und was musst du da machen, um die Fallen wieder aufzustellen? Ja, ich muss ja noch so ein Ding haben. Einen Zweig. Ja, wo musst du hinstehen? Ich sehe es. Ah, da. Ah, jetzt muss ich nachher haben. Okay, um du! Jetzt mag ich wieder nicht mehr. Ich glaube, mein Ding ist jetzt auch vorbei. Du was? Vielleicht mit dem Koffer oder... Vielleicht mit dem Koffer oder... Ach schon? Kommt es nicht mehr. Eben reparieren kann man nicht, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Die eine Wand sieht auch wieder so ein wenig. Geflickt aus. Was soll ich immer hin? Die alles überleben, oder? Ja. Wo sind da... Da ist die Fans. Aber was hast du für eine Falle? Katapult, oder was? Nein. Oh nein, das ist ein Deadfall-Trap. Rope-Swing-Trap. Für dich brauchst du einfach... Für alle brauchst du Seile. Hm. Molotow-Wire-Trap. Lease-Pile-Trap. 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 Was soll denn das heißen? Das ist nicht mehr so für Tiere, oder? Du kannst einfach einen Haufen Dinge herstellen. Einen Haufen... Oder kannst du... Ja, die kannst du dann Karten finden, oder? Schindli. Das traue ich nicht. Weissen Regen wäre gut. Ein bisschen essen. Aber das sind jetzt auch geil. Wir sind jetzt so weisse. Bei dir? Wo bist du? Wo bist du überhaupt? Ja, es hat für Zufall in diesem Dorf gelandet. Bist du einfach irgendwo hinschlaufen? Der Kineser-Clug. Bist du einfach schwer, Seil zu finden. Ja, ich habe da ein paar Weisse dabei. Nein, es ist ein Weisse. Das Dorf ist gar nicht weit weg von unserem Dorf. Nein. Was bauen wir da so noch? Warum auch immer? Jetzt ist es gegangen. Ich habe da noch mal einen Punkt gemacht. Wie viele Fallen hast du hinschlaufen? Hinschlaufen. Hinschlaufen. Wissen wir. Wissen wir, das geht nicht her. Hinschlaufen. 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 Gute, gut, gut. Einmal das da an irgendwo. Weapon Display. Ein Logo. So ein kleiner Baumding. Ah, da kannst du so die Waffe einfach auch nicht tun. Scheisse. Ja, 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 ja. Aha, aha.